Hallo, hier ist Martin von Mannheim und Käse. Das ist die DAX-Analyse für Freitag den 8.03.2024. Ja, und unser DAX hat den Zug nun bekommen, streitbedingt, gestern verzögert, haben sie ihn heute abgeholt und mit seiner Party mitgenommen. Wir hatten gestern schon gesagt, dass er aus einer ruhigen Situation ja wahrscheinlich gar nicht drum rum kommen wird, das in oben raus mitnehmen. Und wenn dann die Flaggenkante bricht, über 7.50, hat man gesagt, wenn das per Stundenschluss dann auch überwunden wird, dass er sich dann oben raus eben die Ziele aktiviert, die dann eben bis zur 8.80 gehen. Und auch 9.80 hatten aber gesagt, dass 9.80 für den Donnerstag wahrscheinlich schon zu viel oder zu hoch angesetzt wäre. Dann bestimmt erst so 8.80 und vielleicht dann die 9.80 zum Freitag angehen kann. Einziges Manko oder Schnitzer, den wir drin haben, ist, dass wir gesagt haben, unter 6.30. Man wird sich erwarten, dass er sich nach unten saugt. Aber der hat es so deutlich tief unten verweigert. Also der war ja auch nur so kurz unten und hat eigentlich, der hätte eigentlich mit das Abwärtsgep rausgerechnet, den ganzen Tag nur nach oben gedrückt. Also wir haben auch unsere Elisa, die wollte auch Short, haben auch gesperrt, weil ich gesagt habe, da würde ich eher langer. Also das ist für mich, wenn du eigentlich den ganzen Tag nur siehst, dass der Markt nach oben drückt, dann ist das für mich kein Markt, wo ich Short suche, sondern eher, wo ich vielleicht noch versuche, langer mitzugehen. Und da Elisa aber das Signal hier auf der Short-Seite gegeben hat, muss man es dann halt eben rausnehmen. Jetzt haben wir die 8.80 erreicht, damit ist das Bewegungsziel aus der Flacke auch erstmal abgearbeitet. Nächster Bewegungsziel wäre jetzt der Bereich um 9.80. Könnte jetzt auch zum Freitag direkt angelaufen werden. Ein kleiner, tieferer Start wäre erlaubt. Das darf durchaus 8.20, 8.100 werden. Dürfte aber auch sogar 7.50 werden. 7.50 fände ich dann allerdings in der Kombination für den Freitag vielleicht ein bisschen zu match, weil es ihm bestimmt dann schwieriger fällt, rauszusteigen. Lass mich nicht falsch verstehen. Die 7.50 ist eine super Rücklaufmarke von oben, um das hochzukontern. Aber für den Freitag wäre es mir eigentlich fast einen Tacken zu tief, weil der Donnerstag halt jetzt schön rausgeschoben ist und vor allen Dingen oben stehen geblieben ist. In der Konstellation hatten wir das dann oft, dass der Freitag dann wirklich entweder seitwärts gegangen ist und noch einen Tee hoch oben drauf gesetzt hat oder so halb den Donnerstag wieder umgekippt hat. Ja, und ich glaube, wenn er die 7.50 erreicht, wird er bestimmt an der 7.50 reagieren. Aber dann läuft die Gefahr, dass er da unten auch den Tag schließt und dann hier wieder alle in die Unsicherheit treibt. Weil wenn er hier uns rausgeht am Freitag mit einer roten Tageskerze und er geht auch um 7.50 dann aus dem Handel raus, weil er da unten dann einfach zur Seite liegen bleibt, dann kann es zum Montag eigentlich schon wieder 6.50 und 6.100 anzählen. Und das macht es dann nicht unbedingt schön. Also es wäre auch in der Kombination nicht unbedingt jetzt das, was ich gerne hätte. Kann man sich nicht um aussuchen, aber eins ist klar, wenn er oben raus will, wird es... 7.50 ist eine gute Reaktionsmache nach oben, aber in der Kombination jetzt auf dem Freitag und Donnerstag, wäre das jetzt ein Dienstag, würde ich sagen, ey, lass den runter bis 7.50 und dort lang rein. Aber auf dem Freitag wäre es mir too much. Für einen tiefen Start, schönen tiefen Start, wäre es zu tief einfach. Dennoch ist es ein Unterstützungsmarker, 7.50, die muss gehalten und verteidigt werden nach oben. Sollte es trotzdem machen und sich nach oben reagieren, dann soll er das machen. Aber ich denke, wenn er eine 18.000 oder eine 17.89 zum Freitag erreichen will, sollte er sich probieren, auf 8.20, 8.100 nach oben zu drehen. Das macht es einfacher, weil das ist auch nicht zu unterschätzen. Das sind von hier immer noch 200 Punkte fast und ganz so viel Volatilität hat er ja nun momentan nicht drauf, der gute Kerl. Und wenn er jetzt von 7.50 kommen muss, dann schafft er die 9.80 halt nicht mehr am Freitag. Dann schafft er mit Mühe und Not das nochmal auszugleichen, vielleicht einen Hoch drüber zu setzen. Dann schafft er keine 9.80. Das heißt, wenn er 9.80 schaffen will, idealerweise jetzt versuchen, über 8.20, 8.100 zu halten, dann ist das drin zum Folter. Ja, und insofern könnte man die Analyse eigentlich auch schon zumachen. Wie gesagt, 7.50, 8.20, 8.100, das sind die beiden Bereiche unten. Die 9.80, 18.000 ist oben wichtig. Nächstes dann, glaube ich, 18.1 oder sowas hatten wir hier oben noch. Ähm, ja, 18, nicht 18.1, 20, 18.1, 90 war es. Und, ja, von daher, Platz ist hier noch. Können wir noch so stehen lassen. Und, äh, ja, sind auch noch ein paar Tage bis Verfall. Zweiter Freitag ist dann jetzt rum, wenn der Freitag rum ist. Dann ist noch eine Woche und dann ist schon Märzverfall. Wird interessant. Wird interessant. Gut, ja, von daher, ich mache jetzt hier zu. Mehr habe ich nicht zu sagen. Brauchen wir nicht komplizierter machen als es ist. Das ist eine recht schöne Ausgangssituation. Flagge klar aufgelöst nach oben. Wenn auch ein bisschen, wenn es auch ein bisschen länger gedauert hat, als gedacht. Aber, ist klasse, klassische Flagge aufgelöst nach oben. Nächste Ziele erreicht und da wäre jetzt auch noch Platz. Von daher würde ich weiter hoch zum Freitag einplanen. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Killing und dann schönes Wochenende schon mal. Tschüss.